Hits Radio FFH, das Wir-lieben-Hessen-Lexikon mit Mundstuhl. Gude, das ist hessisch für Hallo. Und heute geht's um das hessische Nationalgericht, den Handkäs mit Musik. Yeah, Handkäs ist ein Sauermilchkäse aus Magerquark, hat unter 1% Fett und 25% Eiweiß und stinkt lecker. Und obendrauf kommt die Marinade aus Essig und Öl und vielen Zwiebeln. Und wem's schmeckt, der kann noch Kümmel drüber machen. Und dazu gibt's dann noch eine schöne dicke Scheibe Graubrot mit Butter. Und ganz wichtig, Handkäs mit Musik isst man immer nur mit dem Messer, keinesfalls mit einer Gabel. Also Leute, die Handkäs mit einer Gabel essen, können im Grunde nicht aus Hessen sein. Genau. Und Handkäs mit Musik heißt Handkäs mit Musik, weil früher das Essig und das Öl in separaten Flaschen serviert wurde. Und beim Hinstellen sind die aneinandergeschlagen und das hat sozusagen Musik gemacht. So ein Quatsch. Das heißt Handkäs mit Musik, weil man die Musik dann später selber macht. Wegen rohen Zwiebeln. Verstehst du, was ich meine? Ach so. Und da kommt dann wahrscheinlich auch der Spruch her. Der Vater forzt, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen. Ja logisch. Ist ja ein arme Leute-Essen. Das Wir-lieben-Hessen-Lexikon mit Mundstuhl. Jeden Tag bei Hitsradio FFH. Und zum nochmal hören bei FFH im Web und in der App.